Ja, Hallöchen! Willkommen bei The Division. Und wir machen jetzt den vermissten Agent und der Don ist schon on the way. Kommen Sie runter hier. Ja. Wir machen jetzt den Division, äh, Entschuldigung. Äh, hier. Da. Agent. Okay. Da lang. Da lang. Ins Dunkle. Oh, 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 oh. Gucken Sie in das Haus. Äh, stopp. Ich mach, entferne mal. Das haben Sie gut gemacht. Ich hätt's nicht gemerkt. Jawohl. Ist auch besser, dass man die Handwaffe mal in der Hand nimmt, ne? Die Handwaffe in der Hand nimmt? Ja. Die Handfeuerwaffe in der Hand nimmt. Wo ist mein Kind? Was? Deine Alte? Was? Ah, Heden sind böse. Oder? Wir sind böse. Hier ist ein Telefon. Hier drin, ne? Ich hab ein Telefon gehört. Ob der Scheiß auch in Auckland ist? Ja. Wir hier drin? Ja, hier. Also, falls ihr den offiziellen Wortlog bevor sie okay ist, hätt ich jetzt nicht gehört. Mit sofortiger Wirkung arbeiten wir mit der Division zusammen. Unsere Einsätze werden gemeinsam geführt. Wir haben gewisse Freiheiten bei der Strategie und Umsetzung. Aber die Division-Agenten haben das letzte Wort, wenn es darauf ankommt. Hoffen wir, dass es nie der Fall sein wird. Wenn ihr im Einsatz seid, müsst ihr nicht warten, dass irgendein Division-Lagre euch sagt, dass ihr den Abzug drücken sollt. Okay, dann packen wir uns die jetzt. Okay, die Rolli kommt jetzt mal. Moment, noch nicht. Ach, sag das doch früher. Die ist immer so schnell, ne? Ach, ein Scharfschütze. Der hat wieder gemacht, dass du gehört. Ging doch hier lang, ja, ne? Äh, ich weiß, ja, hier geht's lang. Haben wir zwar noch nicht festgestellt, aber hier ist er. Oi, was war das denn? Ja. Dauernst du, ne? Oh. Der Ziel lang. Warte aus. Stimmt da oben rein oder so weiter. Da oben rein, ein bisschen Wein oder links hinein. Ey, wie machen sie das? Jetzt ärgert er mich aber. Rechts rein, okay. Oh, oh, ich hör was. Rechts rein? Ins Gebäude? Gehört. Kommen Sie ran. Wir müssen nach oben. Okay. Vorsichtig vorgehen. Was heißt denn hier, vorsichtig vorgehen? Ach, wir suchen ja nur den kaputten Agent. Äh. Hier. Okay. Ah. Da war klein. Bambu, Saladu, Saladim. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Ja? Ja, der Kuckuck sitzt hier und wir sammeln ihn ein. Nein, können wir noch nicht einsammeln. Da lang? Oh, da lang. Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Ein Kuckuck. Da. Und er sagte, Komm doch zu mir. Ich bin jetzt hier. Oh, hier ist was? Eine Schockgranate. Oh, voll. Hier durch? Ja, in den Aufzug. Hier, im Aufzug. Oh, Mann. Oh. Da ist was. Da ist das jetzt? Da oben. Was ist das jetzt? Ah. Auf einem Baum. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Was denn? Sie betreten einen sicheren Bereich. Äh. Ende im Gelände. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Oder? Nee, doch nicht. Mal aus. Wie ist das nächste? Einsammeln. Ah, das war's. Einsammeln. Wir sind Stufe 20, ne? Okay. Zehn Stufen noch. Dann sind wir durch. So, warte. Ich, äh. Die nächsten Einsatz, die ich in Bolzen mache. Äh. Wo sind wir denn überhaupt? Geiselrettung oder, oder weiter nach unten? Nachschubbeschaffung oder Kopfgeld? Ich würde sagen, die Geiselrettung ist am nächsten, ne? Geiselrettung, genau. Dann gehen wir schräg nach oben. Störung, Waffenhandeln, ne? Ja, genau. Und dann gehen wir runter. Okay. Alles klar. Okay. Dann folge ich Ihnen. Äh, Sie folgen mir. Gehen wir hier auch raus? Natürlich nicht. Wir müssen wieder mit dem Aufzug. Ich warf dich wieder mit dem Fahrschuh. Der Don, der hat ein Herz für Aufzüge. Ich hab ja immer Klausrophobie in Aufzügen, aber der Don, den interessiert das nicht. Warten Sie mal. Aufzeichnungen, ist dieser Bereich sicher? Ich will da nicht rein. Warum? Na gut. Äh, hallo, ich will raus hier. Nix. Du fährst jetzt mit mir auf. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. War doch cool, oder? Nicht cool. Okay, komm, wir fahren wieder runter. Du kannst froh sein, dass du in einem sicheren Bereich bist, dass ich die abknallen kann. Ja. Ja. Aber, Moment, wir müssen da jetzt raus aus dem sicheren Bereich, ne? Betreten eines sicheren Bereichs. Äh. Äh. Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. Das nervt. Oh nein, es ist wieder soweit. Komm ich nicht raus. Ah. Ach doch, hier raus. Auf einem Baum ein Kuh. Ein Nuck Nuck. Das. Und jetzt? Ja, hier lang. Hä? Wo lang? Da lang. Hier lang. Ja? Schuhe? Ja, kommen Sie her. Jawohl. Ach ja, hier lang. Ich möchte nicht nochmal, dass das so geht, dass wir nicht wissen, wie wir aus dem Haus rauskommen. Nein, das möchte ich ehrlich gesagt. Das war aber toll. Na ja, ich weiß nicht. Na, es war schon okay. So, wo war... Wo kommen Sie denn jetzt her? Jetzt kommen Sie oben. Oh, da sind Gechner. Ja, dann machen wir die doch weg. Oh, jetzt wird er aber übermütig, Freunde. Habt ihr das gehört? Das kannst du so nicht sagen. Was auch, ich mach dem schönen... Ach, der rennt da wieder. Wo siehst du denn, gehe ich da? Ach, da! Ach, Don. Steht neben ihm, weißt du? Wo siehst du jetzt, gehe ich da? Da bin ich halt so weit gelaufen. Mein Gott! Ja, 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 ja. Wo müssen wir eigentlich lang? Hier, irgendwo rechts. Warte mal. Kommen wir da irgendwo rein? Warte mal rein. In dem Laden. Nee, 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 nee. Da ist ein anderer Einsatz. Du bist schon wieder verkehrt, oder? Eigentlich hier hin müssen wir hier sein. Hier oben nach oben. Hier oben nach oben. Hier oben. Kommen Sie her. Warten Sie mal, wo wollen Sie ihn? Hier oben nach oben. Oh. Ja, hier oben nach oben. Genau. Das hört sich gut an. Geronimo. Oh. Wir haben einiges zu tun. Hier oben. Warum? Wo haben wir jetzt was zu tun? Ich sehe hier gar keine. Ach, da. Warten Sie, ich komme mal. Ich würde gerne zu Ihnen kommen. Warten Sie, ich komme zu Ihnen. Ich schmeiß ein Röllchen. Ein Röllchen schmeiß ich auch. Ja, die Supermine. Genau. Und ein Geschütz für die Mütze. Ein Geschützchen. So ist aber mutig, wa? Boah, generiere ich dir jetzt zur Sache, ey. Meine Güte. Boah, da brauchen wir kaum was machen, wa? Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Von wieder? Ja, von nach oben. Da war wieder der PAM. Der Sniper bewegt sich. Der Sniper. Da ist es. Da ist der Sniper. Komm, heb dich. Komm hoch mit dem Kopf. Da ist er. Aua. Ich habe nur eine Rolli. Warte mal, ich schmeiße mal eine Rolli da hoch. Kann ich da eine hochschmeißen? Scheiße. Bin zu nahe. Komm hoch mit dem Kopf. Keiner geht mehr in euren Bullen, Knall. Auf meine Tion. Steckt mich. Ein Rolli. Ein Rolli. Oh. Oh, shit. Heute mache ich alle. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Das war's. Bereich nach Schlüsseln absuchen. Ja, okay. Don. Ja, ich komm. Ich bin für 16. Nehmen wir mal alles mit. Hast du jemanden gefunden? Wahrscheinlich nach oben, ne? Du, suchst du mein Kindchen. Geh mal nach oben. Und schau mal nach. Ich hab mit. Ja, ich komm. Okay, dann machen sie die Tür auf. Es ist nicht die Tür. Es ist da unten. Die Gleise sind da hinten, natürlich. Natürlich. Am Arsch der Welt. Erschuldigt, liebe Kinder. Äh, am Popo der Welt. Genau. Ach, eigentlich am Arsch der Welt. Aber ist egal. Ja, wenn du eine Gasmaske hättest, dann würde man sagen, am Popo ist der Welt oder so. Ja, ich öffne. Tau zu Berge. Wir ziehen. Jawoll. Hallo, Ra. Hallo, Freunde. Kommt mal raus hier. Guck mal, lass mich da rein. Klasse Arbeit, Division. Gut, dass wir Leute wie Sie haben. Ja, genau. Ah, hier ist was. Kannst du mal laut sagen. Wenn wir nicht wären, hätten die alle schon die Arschkarte gezogen. Richtig. Ich meine die Klo-Karte. Oh, nein. Was? Blue Screen. Oh, nein. Guck mal. Oh, nein. Ein Blue Screen. Oh, nein. Ein Blue Screen. Oh, Gott. Oh. Ihm geht es jetzt wieder gut. Oh. Was war das denn jetzt? Du hast auf mich geschossen. Nein. Was war das? Ich weiß nicht. Du hast auf mich geschossen. Nein, das war die Axt. Die Axt im Walde. Und ich muss euch sagen, aus dem Walde komme ich her. Es axtet sehr. Hey, hier ist ein Aufzug. Bleib stehen. Hier ist ein Aufzug. Wo geht denn? Tschüss. Hey, verlass mich nicht. Tschüss. Verlass mich doch nicht. Hol dich wieder. Ich bin unten. Nicht mehr lange. Sie betreten einen seitenen Bereich. Du kommst. So, ich bin unten schon mal. Wieso unten? Wer will denn nach unten? Wer will denn nach unten? So was? Kommst du jetzt mal, oder was? Ja, Don, weißt du? Warum muss ich immer auf dich warten? Das ist ja zum Heulen. Ach, ich kann es nicht glauben. Das ist ein Aufzug von Mannes Mann. Entschuldigen, bitte. Dass ich immer auf dich warten muss, ne? Das ist ja grauenvoll. Oh, was ist denn hier? Oh, Blutie. Er ist Silverset. Black Beauty? Blutie. Achso. Ganz viel Loot. Tut gut. Hey. Hallo. Ja. So, was machen wir jetzt? Moment, ich rüste mich gerade aus. Ach, der Kampf ist hier, ne? Der Kampf ist hier. Ja, Moment. Ich rüste mich trotzdem gerade aus. Huch. Machen Sie denn für Geräusche, sagen Sie mal? Ich weiß nicht. Es war ein Schlucki. Ein Schlucki? Ein Schlucki, Mann. Ja. Okay. Wann haben wir gesagt? Kampf? Kampf haben wir gesagt. Moment, das wäre welcher. Störung des Waffenhandels. Ja, habe ich markiert. Okay. Dann? Dann würde ich mal sagen, go. Attacke. Dann werden wir mal den Waffenhandel stören. Wir wissen hier die JTF-Zentrale. Wir haben ein Waffen-Deal auf der 21. Ja, hier sind sie. Ja. Offenbar wieder Riker. Rolli? Rolli und geschützt aufs Auto. Rolli, ich schmeiß Rolli. Ich schmeiß geschützt. Okay. Mann, was hast du für eine Rolli geschmissen? Da hört der gar nicht mehr auf. Alles mit der Pistole. Geil. Ah, was eine geile Pistole. Wir sollten uns vielleicht einen schönen Standort suchen. Ja, wir sollten vielleicht ein Geschütz mal wegräumen. Ach ja. Okay, wir könnten uns hier drinnen verschanzeln, wenn sie nicht hier rauskommen. Verschanzeln? Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, ich weiß nicht. So, einer könnte es hier machen. Ich meine so hier. Hier da? So. Kann ich da oben auch rauf? Warten Sie mal. Warten Sie mal. Nee, da komme ich nicht hin. Aber das ist auch keine Deckung. Das wäre schlecht. Ich mache einfach mal, ja? Warten Sie mal, da oben ist ein Gebäude. Ach so, die wollten in das Gebäude, ne? Oh nein. Ich mache jetzt einfach mal. Ist das okay? Ja, machen Sie mal, wenn die jetzt hier hinter mir kommen, dann habe ich ein Problem. Aber von wo? Ja, die kommen. Keine, nein, da rammst du jetzt aber richtig. Warnung, Feindkraft in Ehrensich. Wo? Hinter mir. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Jemand mit ihrer Sprengung? Komm. Ja. Beschützt fliegt. Ja. Eigentlich ist die Gegend ja gemacht nicht für eine Granate. Oh. Er muss ja mir alles nachmachen, oder was? Check ihr Gehirn aus. Oh, der Lilan ist ja echt übel, ne? Don, hast du... Das ist nicht schlimm. Hast du den Lilan im Auge? Ich habe den hier, ja, ja. Äh, warum drücke ich denn immer auf die falsche Taste? Aua, 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 aua. Ich bin down. Nicht draußen. Okay. Warte, ich komme zu dir. Ja, die kommen hinter dir. Da. Komm hinter dir, verdammt. Und weg. Aua, 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 aua. Die sind überall. Unsere Jungs, unsere Jungs. Alles gut. Aua, 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 aua. Verdammt! Wir haben mich! Bleib am Leben, bitte! Geh weit genug weg! Medikit mit V! Ich komm neben dich! Ich bin neben dich! Der hinter uns ist ein Loser! Scheiße, hinter dir! Ich stell mich vor dir! Jawoll! Ach, da hab ich doch was! Aber nein! Der hat mich wirklich getroffen! Der Granat hat mich getroffen! Ich fliege auch! Ja, warten Sie, ich komm! Ich mach Neustart! Mein Gott, wofür sind die GTF-Leute denn da? Die helfen uns ja noch nicht! Im CV, ich fasse es nicht! Im CV! Nein, das kann nicht sein! Doch! Ich gebe alles, okay? Gerne! Halte sich vom Licht fern, bitte! Natürlich! Hallo, Safehouse! Oh Gott! Wo sind die Fahrräder? Wenn ich schon hier bin, nehme ich auch Moon mit, ne? Natürlich! Ach Gott! Ich meine, wir waren gar nicht so schlecht, aber es ist halt in so einem Gebäude immer ein kleines Problem, sich zu bewegen, ne? Absolut, ja! Und wenn du dann versuchst, in Deckung zeig... Aber du musst immer diese Rolle mal zeigen, die war geil! Warte mal, ich... Wie macht man die? Ah! Doppel Space! Ja, mit Space! Geil! Weil hätte ich die jetzt gemacht, hätten die mich nicht gekriegt! Da wäre ich den davon gespaced, verstehen Sie? Ja, ich verstehe! So, ich komme schon zu Ihnen! Können Sie mich rutschen sehen? Ja, da ist jemand! Was? Der steht im Laden drin! Äh, ich bin nicht im Laden! Aber der Gegner steht im Laden! Der Gegner? Ja! Ja, den machen wir mal eben weg, ne? Mit einer Rolli oder so! Ja, dann machen Sie den mal weg! Ich warte auf Sie! Ja, ja, ich komme ja... Es sind ja noch ein paar Meter! Genau! Bis die Miri da ist... Nein, 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 nein! Doch, muss ich! Quatsch nicht rum! Ich habe den doch jetzt sofort erledigt! Du hast hier gar nichts erledigt! Hier rennen zwei Gegner in der... Ja, passen Sie auf! Das mache ich jetzt mit links! Jetzt bin ich gespannt wieder! Wie Miri, weißt du? Die nimmt nicht auf und will mir sagen, wann ich Schluss wagen muss! Ja, passen Sie auf! Ich mache jetzt hier... Ja, ja! Ich mache jetzt hier wuschdiwusch! Passen Sie auf! Und gleich kommt wieder... Aua, wer schießt denn da auf mich? Nein! Aua, doch! Das wird gleich kommen! Warten, warten! Das sind aber mehr als zwei Gegner! Ja, du wolltest das ja unbedingt! Ich habe nur zwei gesehen! So! So, jetzt kommen Sie mich endlich holen, Mann! Jawoll! Das kann ja nicht wahr sein, ey! Dass ich das noch erleben darf! Ja, ich auch! Haben Sie gesehen, wie das geht hier? Ja, gar nichts! Ist alles schwarz-weiß! Ich sehe nichts! Nein! Nicht ins Licht! Ich will in schwarz... Da ist es schön warm! Nein! Nein! Oh doch! Da ist eine Kerze! Ich will zur Kerze! Schluss jetzt! Ach, scheiße! Sie haben mich geweckt! Ja! So, jetzt sammeln wir noch einen und dann schließen wir die Folge! Sehen Sie, wie ich das gemacht habe? Ja, bravo! Ja! War gut! Sie haben das toll gemacht! Warten Sie mal! Oh! Eines! Eines gar! I'm here for you! Eines gar! Weiß ich nicht! I'm here for you! Eines gar! I'm here for you! I'm here for you! I'm here for you! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Das ist die Milch! Jetzt ist auf jeden Fall die Milch sauer, das steht fest! Oh Gott! Die Milch ist sauer, das ist Fakt! Aber dann! Ja! Ich kann nicht! Ich bin gerade beschädigt! Ja! Ja! Aber nicht so lange auf einem Fleck stehen! Oh! 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 Was denn? Ich habe eine Ska bekommen! Eine Ska in Stufe 16! Oh! Ich kann meine Ska in Stufe 13 wegmachen! Oh! Cool! Dann nehmen wir jetzt erstmal hier alle Mottes weg! Alle Mottes! Freunde, das wird noch länger dauern! Ich sag schon mal, bis zur nächsten Folge und damit schaue! Genau! Und wir sehen uns dann mit der neuen Ska! Also, bis dann! Leute, macht's gut! Ciao! Ciao!